Hunger? Hunger? Das war wieder ein langer Frühstückstag, ey. Oh, hat das lange gedauert heute. Im Büro der Chef wieder, ey. Oh, guck mal, hier, das sieht aus, als wäre hier, als wäre hier eine gute Lebensbude. Guck mal, die Jungs vom Krankenwagen sind auch hier. Ja, die haben da auch ihre Pause anscheinend verbracht. Aber hier aus der Gegend sollen wir echt hier was essen? Ich weiß nicht. Ja, da steht auch eine Nutte. Komm, wir leuchten das mal an, schauen wir es uns mal genauer an, was geht denn da? Ach, da gibt es Hot Dogs. Ja, sieht doch direkt ganz freundlich aus, so. Lass doch mal hingehen, mal gucken. Ja, machen wir. Ich meine, mir hat mal jemand erzählt, hier, hier. Warte mal ganz kurz. Rishi, kommst du mal bitte her? Rishi, wir sind schon in der Pustituierte. Klar, mach nicht so was. Rishi, Rishi. Okay, kann man jemand vorgehen? Ich habe irgendwie ein bisschen ein bisschen Bamm. Okay, wir haben das geregelt. Wir können jetzt endlich was zu essen holen. Okay, ein bisschen Bammel, weil man weiß ja nicht, wer da... Okay, dann Hot Dog alle? Ja, Currywurst, oder? Nee, Hot Dog. Hot Dog. Hot Dog. Okay. Ich bin, ich will Hot Dog. Okay, dann nehmen wir Hot Dog. Okay. Hallo, hallo. Hey. Ja, guten Tag, was ist denn los? Schrei doch nicht so, Mensch. Sorry. Was gibt es denn? Ein Hot Dog, bitte? Ja, für uns. Nee, ja, gleich hier. Aber nicht, hier gibt es nur Currywurst. Hier gibt es nur Currywurst. Draußen ist hier aber was anderes dran. Hier ist ein riesenfetter Hot Dog draußen. Wenn ich sage, hier gibt es nur Currywurst, dann gibt es hier nur Currywurst. Ja, aber da liegen doch Hot Dogs auch. Da liegen doch Hot Dog-Poolchen und so. Können wir bitte bei den Chef sprechen? Das wäre echt nett. Mädels, hören Sie mal zu. Ich sage, hier gibt es Currywurst, dann gibt es hier nur Currywurst und keine verdicken Hot Dogs, ja? Ich möchte hier keine Hot Dogs verkaufen, sondern Currywürste. Wenn Sie das nicht wollen... Ja, aber ich sehe auch gar keine Currysoße. Wenn Sie da... Wenn Sie da... Ja, das geht sich erst mal gar nichts an. Wenn Sie das nicht wollen, dann gehen Sie bitte wieder von meinem Stand weg, ja? Ich möchte hier Currywürste verkaufen keine Hot Dogs. So. Sie verkaufen keine scheiß Currywürste. Ja, dann ist mir jetzt egal. Hier gibt es Currywurst, keine Hot Dogs. Keine Sau ist hier. Guck mal, hier liegt nur ein Toter. Wahrscheinlich... Das hat Sie nicht... Das hat Sie nicht zu interessieren. Bitte verlassen Sie jetzt mal den Stand, wenn Sie keine Currywurst wollen. Haben Sie Döner? Kommen Sie ja raus. Ich sage dir noch mal, hier gibt es keine Döner, hier gibt es keine Hot Dogs und hier gibt es auch keine Currywurst. Doch, hier gibt es Currywurst. Ich habe einen Stern. Warum habe ich einen Stern? Nur weil ich die Currywurst... Kann man bitte jemand was machen? Ich hasse diesen Currywurstverkäufer. Das ist egal. Das geht doch nicht. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Wollen Sie mir bedrohen oder was? Ich habe zum Glück meine Waffen dabei. Zack. Currywurst gibt es hier. Keine Hot Dogs. Ihn liegt hier... Ihnen liegt total viel an seinem Hot Dog Wagen. Können wir den zu stören? Hau ab. Bevor ich ausraste hier. Ich bin drin. Okay. Currywurst gibt es hier. Ich habe die Würste. Ich habe die Würste. Ich habe die Würste. Ich habe die Würste. Tut was. Okay. Tut ihm was. Ich habe auch immer eine Waffe in der Hand. So. Selbstmord. Aber der Stand ist hinüber. Das ist... Können wir den gefangen nehmen? Können wir den irgendwie festnehmen? Wir müssen ihn gefangen nehmen. Weg von meinem Stand. Ne. Mein Stand. Okay, das ist super. Mach das mal bitte. Beruhigen Sie sich bitte ein bisschen. Könnt ihr den bitte auch irgendwas ins Maul stopfen oder so? Leute, doch nur Currywurst verkauft. Was ist denn mit euch los? Ich glaube, der hat die Currywurst krank. Hau ab. Hau ab. So, warte. Ich knebel den mal eben. So, weg von meinem Stand hier. Mensch, du. Warte. Und. So. Du bist jetzt geknibelt. Du kannst nicht mehr reden. Du kannst nicht mehr reden. So, komm, wir nehmen den mit. Ja, komm. Komm mit. Oh, der knebel sitzt locker. Ich muss aufpassen. Wir müssen aufpassen. So, wo ist denn unser Wagen? Oh, da vorne. Hier, der Wohnwagen. Okay. Oh. Oh, ist alle rein. Alle rein. Oh. Oh. Ich bin tot. Der eisige Mist ist tot. Ich glaube, der ist weggelaufen. Der ist irgendwo da vorne gleich. Ja, wir kommen wieder schnell. Warte, da ist noch 616. Oh. Guck mal, und das alles nur, weil wir einen Hotdog essen wollten. Das darfst du echt keine zählen. So, los, los, los. Okay, ich nehme dir mal den Knebel ab, aber sagst du nicht mehr Currywurst. Ja. Mann, ey, was ist denn mit euch kaputt? Also, ich wollte doch nur, ich wollte doch nur meine Currywurst verkaufen. Da kommt die zu meinem Stand. Ich habe ja sonst nichts im Leben. Leute, ich glaube, wir müssten wieder arbeiten gehen. Wir müssen den jetzt mal mitnehmen. Okay. Oh, warte, 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 warte. Ja, was machen wir denn da? Kriminelle, oder was? Warum sind denn hier so viele Polizisten? Wir sind Köche. Wir haben jetzt einen Sklaven, der kochen kann für uns. Wer wird Sklave? Ich kann doch nicht kochen. Ach, jeder kann kochen. Warum verkaufen Sie das? Was wollen Sie denn überhaupt kochen? Spaghetti. Hör mal, Junge, ich kann noch nicht, ich kann noch nicht mal einen Hotdog machen, dann soll ich dir Spaghetti kochen, oder was? Was ist denn mit dir kaputt? Ach, guck mal, es hat alles zugegeben. Aber Currywurst oder wie? Currywurst ist ja auch meine Spezialität. Gibst du zu, dass der Tote an der Currywurst gestorben ist? Das kann ich, das kann ich nicht begründen. Ich habe nur die Currywurst verkauft und dann bin ich weg. Das Problem ist nur, wenn wir halt jetzt mit vier Sternen in die Wüste fahren, ich weiß nicht, ob wir da einen guten Spot finden zum Kaufen. Ach, ihr werdet also gesucht, oder was? Was ist denn mit euch los? Was habt ihr denn? Habt ihr Mord begangen, oder was? Nee, aber wir haben dich ja mitgenommen und das hat den Leuten hier nicht so gut gefallen anscheinend. Ja, ich bin ja auch der beste Currywurstverkäufer der Stadt. Wir sind hier an der Flugbahn, vielleicht können wir uns ja erstmal in die Lüfte gleich erheben und den Wohnwagen erstmal hier stehen lassen und den dann gleich wiederholen. Ja, wir haben den 616, unser super Fluchtpilot ist dabei. Könnt ihr mich doch nicht antun? Ich hab Flugangst. Ich kotze euch die Bude voll, so. Das ist nicht schlimm. Ich mach das Fenster auf. Hast du genug Platz? Oh Gott, wo bin ich da nur reingeraten? Selbst schuld. Wenn ich mal anständige Hot Dogs vertauschen kann. Passt. Guck mal, hier steht ein Jet. Das ist ja, was, welch ein Zufall. Oh Gott, das kann ja was werden, so. Oder mal rein da. Mist. Oh. So, drin. Oh nein. Was ist mit euch beiden? Verdammt. Oh, ich auch. Keine Angst. Oh, ich komm wieder. Wir rennen schon. Ja, wir kommen, wir kommen. Immer, immer näher. Okay, aber der bleibt bei uns, der Currywurst, äh, beziehungsweise der Hotdog-Verkäufer. Ja. Ja, ja, der steigt schon rein. Mein Name ist Friedhelm, falls du das wissen wolltest. Ah, Friedhelm. Gott sei Dank haben wir deine Frau und deine Kinder vorher irgendwo festgehalten. Bitte was? Aber du siehst die wieder, wenn du für uns kochst. Ja. Aber ich kann doch keine Spaghetti kochen. Es geht auch nicht um Spaghetti, hast du's noch nicht begriffen. Aber da müsste man, da müsste man klare Anweisungen machen. Ich frage euch, weil ich nicht euch kochen soll, dann sagt ihr Spaghetti. Ja, kriegst du schon. Kriegst ne Liste, kriegst ne Liste, kriegst ne Liste, kriegst nen Topf und dann geht's los. Wer fliegt denn eigentlich? Es handelt sich um Kristalle, mehr sagen wir nicht. Ja, dann fliege ich mal, obwohl ich das gar nicht kann, ne? Sklave, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du fliegst. Ja, dann ist jetzt mir auch egal. Ah, ich glaube an ihn. So, könnt ihr mir dann wenigstens... Wenn so eine Hot-Tock-Bude zu einer Currywurst-Bude umbauen, der kann auch fliegen. Könnt ihr mir dann wenigstens mal sagen, wo ihr hinwollt? Ja. Wir müssen weg von der Polizei, aber ich glaube, wir haben sowieso keine Sterne mehr und wollten dann wieder in den Wohnwagen. Okay, dann dreh ich am besten eine Runde und dann versuche ich das Teil wieder heile auf den Boden zu kriegen. Das wäre vernünftig, ja. Okay, wird denn jemand von uns noch gesucht? Hm, nee. Okay, also kein Wort zur Presse, ne? Sonst müssen wir leider deine Frau und deine Kinder an den Füßen kitzeln. Ja, ich weiß jetzt leider nicht, wie man die Räder hier ausfährt. Ich lande jetzt einfach mal so, ne? Wird ein bisschen holprig, aber haltet euch fest. Boah, das geht ja. Sehr angenehm. So, da wäre man auch, das war jetzt nicht so geworden, da war ich eigentlich. Ja, da war noch ein bisschen Curry-Soße. Brems mal. Bremsen. Achso. Okay. So, jetzt, der Wohnwagen ist jetzt ja auch irgendwie gar nicht mehr da, ne? Och, da bin ich mal eben kurz, ey, ruhig bleiben, Leute. Ja, der ist 16, der Pilot ist nicht geflogen. Hilfe. So, Wohnwagen, Wohnwagen. Das war, wenn wir geflogen sind. Aua, haben sie gut gemacht, mein Junge. Ja, danke, doch. Ist das normal? Hier ist doch gut, Viertüre. Wir brauchen aber unbedingt so wegen der Küche hinten. Ja, wir brauchen eigentlich. Wo ist denn jetzt euer toller Wohnwagen? Ja, wir suchen jetzt einen. Weißt du, was soll das? Das war aus Versehen. Lasergurke, wir waren schon in einem High-Class-Apartment. Was ist denn das jetzt da, Lasergurke? Was soll ich denn jetzt mit einem Apartment? So, machen wir mal eine Straßensperre. Bis ein scheiß Wohnwagen kommt. Meint ihr, dass wir den kochen Viertner was? Ja. Uh. Da vorne ist ein... Nee, den können wir auch nicht nehmen. Hm. Ich laufe mal nicht ein bisschen weit raus. Da stehen wir auch noch irgendwo rum, auf einem Parkplatz oder so. Ja, gerade hatten wir auf jeden Fall total viele. Hm. Ich war schon lange nicht mehr mit meinem Kipplaster. Ihr passt aber sehr gut auf eure Geisel, auch das muss ich euch sagen, ne? Ja, wo bist du denn? Bauern, Bauern, Bauern. Ja, ich hebe gerade mal ab, ne? Ich flieg mal davon. Wie bitte? Nein! Bauern haben hier Knarren. Ich schnappe es mir. Okay. Deine Frau und deine Kinder, ne? Die werden's dir ja danken. Nein, ich wollte euch doch nur einen Wohnwagen besorgen. Bleibt doch mal ruhig. Okay, dann ist ja gut. Wir machen den Salz an die Füße und holen die Ziegen raus. Oh ja. Oh Gott, ey, lass das, lass das, bitte. So. Jetzt mal ne ehrliche Frage, könnt ihr euch keinen Wohnwagen rufen oder so? Ihr habt doch einen gekauft, oder? Ja, ich hatte einen gekauft, aber... Ist ja jetzt kaputt. Ich glaube, du musst ihn wieder reparieren lassen und dann kannst du dir den bringen lassen. Ich weiß nicht, von wem ich will den bringen lassen. Ich glaube, von Pegasus. Oder der wurde beschlagnahmt. Einen Moment, ich ruf mal Pegasus an, weil da müsste ich den eigentlich herkriegen. Ah, okay. Johnny... Okay, das müsste der hier sein. Äh... Was war das? Ah, okay. Ja, da war wohl nix, ne? Wir können ihn jetzt abholen gehen. Da müsste ich allerdings kurz hinfahren. Oder hinfliechen. Oder hinfliechen, ja. Und ich komme sofort mit dem Wagen runter. Oh, ich habe einen Wohnwagen. Da vorne fährt einer. Ah, okay. Und guck mal, ob ich ihn einfach mal abschleppen kann. Der Heisenberg. So, ich habe einen Wohnwagen an der Angle, der kommt gleich. Das ist super. Ich habe Hunger auf Bottog und auf Currywurst. Und auf Pommes. Ach, plötzlich war es eine Currywurst, ne? Ja, jetzt schon. Ah, wir haben Besuch in der Sitzung. Ich... Das ist, äh... Ich habe sie nicht eingeladen. Ich hoffe mal... Ich hoffe mal, dass sie sich benehmen. Wir müssen ja hier gleich noch was machen. Das ist ganz wichtig. Wer ist denn gekommen? Ach so, ja. Hier ist der Wohnwagen. Bitteschön. Moment. So, äh... Wohnwagen, wo? Da ist Rishi. Ach, da hinten. Los, Rishi, komm mit. Boah, ich steige einfach mal hier mit ein. Ah, cool. Ich glaube, da wird aber ein bisschen problematisch mit dem Platz, wenn sie jetzt alle hier rein wollen. Warum macht ihr das immer? Könnt ihr mir das immer sagen? Ich wollte euch entgegenfahren, damit ihr auf jeden Fall noch reinkommt. Ich bin drin. So, jetzt gucken wir mal. Dann passen alle rein? Ich glaube, da fehlt noch einer, ne? Ist der Mensch halt da draußen? Ich bin... Der eine mit der komischen Gäppi. Und Sandy Schoß. So, ja, haben wir Heisenberg. Und Jesse. Der die Wüste schon markiert, wo ihr hin wollt. Ja, ne? Wir brauchen aber noch einen Spieler. Könnt schon mal vor. Oder was ist das hier für ein Punkt, der markiert ist gerade? Oh, das ist, glaube ich, der von mir. Sucht ihr die Küche? Ja. Ich bin gerade da. Also bei dieser Tankstelle, wo die Chinesen da eingesperrt sind. Ja, dann am besten dahin, wo der Klicks hin ist und nicht auf... Also das hier... Hier stand nur mein Wagen halt, den ich gerade bestellt habe. Dann fahren wir mal los. Ab geht's. Zur Küche. Ich hätte danach noch ne Idee. Also wenn wir da alles erledigt haben, Moment. Wir rennen. Fahren so schnell es geht. Aufschäumen. Wie die Autos hier am Bahnübergang ausgetickt sind. Ja. Weil die alle schon gestresst waren wegen uns. Weißt du, aber nicht wirklich geräumig hier drin? Ist auf jeden Fall schon alles ordentlich ausgehöhlt, ausgeräumt, dass man hier so ein paar Geräte reinstellen könnte. Ich tüttel euch mal ein bisschen durch. Aber man kann leider nicht rein. Du meinst in die Küche? Ich bin auch an der Tankstelle jetzt. Doch, da unten kannst du rein. Nur in den Laden, ja. Aber ich weiß gar nicht, was das? Ach, da, ah, da, ah, ja, ja, ja. Da oben. Da oben ist mir irgendwie hin. Man kann da bestimmt so rein, wie wir auch beim letzten Mal in das Labor reingekommen ist. Ja, da habe ich auch überlegt. Da war ja auch die zweite Idee dann. Warte, das teste ich mal. Aber wenn nicht, wir kommen mit einem Hedi oder so kommen wir sicherlich immer da rein. Letztes Mal. Ich muss ja einfach nur aufs Dach eigentlich hin. Oh, Avenger bitte nicht machen. Das ist blöd. Weil sonst bist du euch leider aus der Sitzung entfernt, wenn wir hier so ein paar Sachen brauchen. Wir machen ja hier kein Chaos. Und wenn, dann merkt man das auf jeden Fall, wir mal Chaos machen. So. Hier, hier drauf. Es geht auch nicht. Wir müssen uns einen Heli rufen, sonst. Als Krimi, das geht glaube ich sogar. Obwohl, was ist hier? Hier hinten ist eine Treppe. Ja, ja, da bin ich auch. Achso. Ajo. Ne, nicht wirklich. Aber da kommt man nicht rein, ne? Also ich bin jetzt auf dem Dach. Moment. Ich rufe mal ein Heli kurz. Ja, aber wo soll der Heli... Warte mal, doch da vorne sehe ich... Ah. Vorne sehe ich ein Fenster. Von da aus, wo wir hier rein können. Ja, da kannst du reingucken. Boah, wir haben Mordsehen, du hast gerade. In GTA oder in echt? Ne, in GTA. Seid ihr wieder besoffen? Ne. Mist. Also nicht misst, weil ihr nicht besoffen seid, aber... So, jetzt gucken wir mal. Wenn ich nämlich jetzt hier aufs Dach gehe... Lasergoke schämt sich. Und jetzt ich hierher gehe... Uh, Lasergoke schämt sich. Das ist ja eigentlich ein bisschen Hupala. Da oben ist der Curry. So, da ist gerade auf jeden Fall ein Heli gelandet. Ja, ich versuche das mal. Ich habe jetzt drei Sterne auf einmal. Hm. Ich habe mich gerade... Wo genau der Curry? Ich habe auch Sterne. Ach, du meinst das mit den Reihen... Ja, ich versuche das mal. Oh je. Bin ich, wie gesagt, da vorne... Ja, es geht sogar wirklich. Wie, jetzt? Bist du echt drin? Ja. Mist, wie kriegen meine Hedi jetzt da runter? Bin jetzt hier in der Bude. Ja, geil. Verdammt, wie kommen wir jetzt da hoch? Scheiße. Jetzt mit vier Sternen. Avenger. Kann denn jemand Bescheid sagen, dass sie das nicht machen? Damit wir hier in Ruhe rein können. Moment. Ah, danke. Recht richtig, danke. Da hat es uns direkt erwischt. Kann uns eventuell dann einer... Mist, ich muss leveln, dass ich die dann mal anrufen kann. Noch ein Heli mal zu? Mhm. Also ihr wisst ja auch, wie das geht, ne? Einfach müsst ihr dann eine Mission starten. Ihr müsst oben aufs Dach, ganz oben. Also ich höre hier gerade, dass es nacht ist. So, ich setze mich mal hier hin, ne? Machst du mir mal gemütlich. Ja, mach das mal. Mach das, mach das. Wo seid ihr denn alle? Immer noch vor dem Laden. Vor dem Laden? Ja. Welche Treppe seid ihr denn hoch? Ne, hinterm Haus ist halt eine Treppe. Da dachte ich, ihr seid da. Ach so, ja, ich gehe da gerade hin. Ab innen schwingen. Okay, danke. Bitte. Ich seh mich überhaupt gar nicht, weil ihr sagt, ihr seid vom Laden. Ne, ich bin jetzt schon oben auf dem Dach vom Laden. Ach so, okay. Dann kommen wir da jetzt nach. Also ich hab die Treppe jetzt gefunden. Aber ganz hoch aufs Dach ist schwer, ne? Ne, da kommt man nicht. Ne, dann müssen wir einen Heli halt rufen. Ich weiß nicht, ob wir da oben den abschießen sollen, aber der geht dann ja eh in die Flammen auf. Oh, die hat's geschafft. Er kann irgendwie auf die Mauer steigen. Ah, ja. Ja, stimmt. So geht's gut. Ich seh euch schon wieder nicht. Ich bin ganz, ich bin hier voll, voll out gerade vor der Mitte. Wir sind jetzt ganz oben halt auf dem Dach. Wie, ihr seid jetzt oben auf dem Dach? Ganz oben, ja. Wie seid denn da hingekommen? Ah, stimmt. Ja, über diese Mauer, genau. Ich versuchte es gerade auch. Okay, dann könnt ihr euch ja schon mal reingehen. Ein Glitch. Oh, hier drin, ist echt cool hier drin sogar. Sieht halt wirklich aus wie das, was ihr wolltet. Wo hast du das gemacht, Curry? Ganz oben auf dem Dach. Oh, ich rede ruhig. Ganz, so weit hoch, wie es geht. Ja, da sind wir. Möglichst mittig halt, ne? Ja. Und dann einfach eine Mission starten, halt wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Ey, ich komm da nicht hoch, ich dreh so durch, egal. Wie war das nochmal, Mission starten und dann direkt wieder rausgehen? Ja, wenn ihr dann in der Lobby seid, einfach rausgehen. Kann ich auch so einen schnellen Job annehmen, meinst du? Ja, genau. Das hab ich auch. Also ihr müsst gegen das Ding, genau dann, damit ihr da nicht runterfällt. Und dann ganz, dann balancieren. Und dann hoch. Ja. Ja, ich schreib den kurz nochmal. Achso, okay, Entschuldigung. Nee, mach nichts. Also eine Mission starten, sagst du nochmal? Aber hier ist ja so lange her. Und in der Lobby dann wieder zurück. In der Lobby wieder rausgehen, ja. Okay. So, bei uns kommt sie gleich. Jetzt habt ihr mich eingeladen. So. Ich bin gespannt. Spannend, ja. Also wenn ich hereinkomme, dann müsst ihr ja auch reinkommen. Das ist ja eigentlich... Hä? Hey, ich bin jetzt da, wo die Mission war. Was? Ah, Rishi ist da. Hat nicht geklappt bei uns. Wie seid ihr denn wieder rausgegangen? Ganz normal mit B dann, ne? Ja, in der Lobby. Ja. Mit B und dann raus. Also ihr dürft halt kein Landrennen starten. Ihr müsst halt eine Mission starten, die von den Leuten da kriegt, ne? Von Ron und so. Oh. Sonst werdet ihr halt zu dem Ort teleportiert, wo halt die Mission stattfindet. Ja, das hab ich falsch gemacht. Mist. Ah, nee, du bist da. Du bist da. Hallo. Hallo. Ja, ich fliege jetzt mit dem Heli wieder zu euch. Okay. Guck mal, wir können den 6.16 im Fenster sehen. Hallo. Guck mal an das Fenster. Hallo. Siehst du uns auch, ja, ne? Ja, ich seh dich. Ach, jetzt schickst du doch, wenn man den Fischer ums. Boom, boom, boom. Das haben wir 6.16 noch gar nicht gezeigt. Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist das denn? Ich will dich nicht fragen. Was ist denn da draußen los? Oh, Laserdrucker wird zum Fischofahrt. Ey, die hören gar nicht auf mich. Ja, dann muss man die gleich entfernen. Kann man die raus... Warte, komm, wir stimmen dafür raus. Rauswurfen. Wir wollen ja kurz nur diese Aktion machen. Ist echt nicht böse gemeint, aber es stört halt schon. Wie genau mach ich das nicht? Du gehst auf Online und dann auf Spieler. Online-Spieler, ja. Und dann halt auf... Das müssen wir aber echt alle machen, sonst geht das nicht. Ja. Das hatten wir aber schon lange nicht mehr, ne? Ja. Wie seid ihr jetzt reingekommen? Rauswurfen, deaktiviert. Mitten aufs Dach stellen? Weil eventuell ist bei mir rauswurfen, deaktiviert. Ganz, ganz oben. Du kriegst ja manchmal von diesen Ron und so, du kriegst ja Missionen. Die musst du annehmen. Ja. Und dann halt in der Lobby wieder rausgehen. Komm ich ganz oben. Wie konnten die denn jetzt überhaupt rein, weil ihr mit dem befreundet seid, deswegen konnten die in die Sitzung, ne? Ne, eigentlich geht das nur mit Einladung. Also ich hab sie nicht eingeladen. Also ich wurde gefragt von Rishi, ob ich die einlade. Ja, Rishi, du musst nicht fragen. Äh, ich mach jetzt auch mal dieses beschäftigt an. Wir können es ja dann gleich wieder... Wie, sorry, warum, Rishi? Kein sorry. Achso, ja, genau. Du musst nicht fragen, du bist immer eingeladen. Ohne dich geht es nicht. Ich liebe deinen weiblichen Charakter. Weil du bist in echt ja auch weiblich. Ich bin mir sicher. Die Mana heißt es. Die Mana. Es sind 616er draußen. Hallo. Ich komm nicht rein. Ne, du musst da vorne, äh... Wir sind auch gleich wieder da und probier uns dann auch mal. Also ich mein, aufs Dach mein ich nicht rein. Einfach auf die Mauer halt, äh, gegen... Wenn du aufsteigst, auf die Mauer, gegen den Kasten. Da steht ja dieser Kasten. Links von dir jetzt. Oh Gott. Ja. Warte kurz. So, und dann kommst du auf die Mauer, wenn du so gegen den Kasten von außen... Ach, wie soll ich das erklären? Ja, genau. Genau, dann bist du jetzt auf der Mauer und dann ganz langsam zur Seite. Verstehst du noch mal hoch auf die Mauer? Ja, ja, ja. Jetzt verstehe ich mich. Genau, so stopp. Genau, und dann ganz langsam. Und dann richtig im Moment die Taste drücken, dass du so hoch aufs Dach kannst. Ja, also ich bin ja gerade eh mit dem, äh, Helikopter, der auch hochgeflogen. Oh Gott, ich lese jetzt besser nicht vor, was ich hier gerade noch in der Zeitung lese. Was? Du musst mal hier auf die Zeitung gucken, wo das Bild ist, bitte. Okay, warte. Aber jetzt mit der Sniper sonst. Okay, warte mal, warte mal, ich mach mal die Waffe. Aber das war das Schlesen, das ist jetzt krass. Gibt's denn hier noch Schönes? Neckar. Können wir den hier? Das kann man nicht so gut lesen. Achso, nein, das ist ja auch nett gemeint, dass das konnte ja jetzt sowieso keiner wissen. Also, Rishi hatte Avenger angenommen, aber das konnte ja auch keiner wissen. So. So, nur wenn, äh, nur dass, wenn man den hat, wenn man 16 schreibt, so macht man keinen Quatsch und so, weil wir hier was machen wollen, die hören nicht auf, dann muss man leider. Aber ich sagte auch, ihr kennt den doch. Ja, ich hab ihn gerade auch auf WhatsApp beschrieben. Eigentlich ist ja Avenger auch ein vernünftiger. Jawohl. Ja, deswegen sag ich mal. Hallöchen. Hallo, seid ihr drin? Jawohl. Juhu. Seien wir jetzt alle da? Ja, wir sind alle da. Ach, nee, doch, Kalle fehlt noch. Achso, der Kalle, ach, stimmt, der muss hier noch rein. Aua, nicht tun, nicht tun. Wenn du in der Lobby bist, einfach wieder rausgehen, ja. Nein, ich bin ganz woanders gelandet. Sklave Arbeite. Was hast du denn für eine Mission gestartet? Ron, also ich bin immer noch neben dem Gebäude. Oh, hier kann man auch in den Keller gehen, krass. Ja, normalerweise kommt man dann da unten in den Laden rein, aber da ist halt die Tür zu. Hä, in den Keller? Ja, das ist ja nicht der Keller, das ist ja einfach das Erdgeschoss dann. Das ist ja erdgeschoss, genau. Im ersten Stock. Boah, hier steht eine Gasflasche, die kann man bestimmt explodieren lassen. Wo wir wohl sonst noch überall rein können? Wie wär's denn, wenn wir als nächstes mal zu dem Michael DeSenta fahren? Das können wir mal austesten, ne? So die ganzen Häuser, wo wir halt Missionen sich abspielen. Auf dem Dach, oder? Oder gibt's eine bestimmte Stelle? Mitten auf dem Dach. Ja, so in der Mitte. Ja, und was ist vorhin auf dem Tisch? Oh, du, ja, warum hast du denn so... Okay, kannst du nochmal kurz umgehen? Entspann dich mal, so. Hier wird gekocht. Ja, das müssen wir uns mal genauer ankochen. Starten wir die von Lester? Das sieht aber nicht nach Spaghetti aus, Leute. Ich hab ja schon gesagt, es wird sich um Kristalle handeln, die wir hier züchten. So, kannst du noch kurz das Prozedere erläutern? Ich muss mal ein bisschen eingeweiht werden. Ja, also wir nehmen hier was von dem Methylamin und geben das hier in den Kolben rein, erhitzen den dann zwei Stunden lang bei so circa 120 Grad, nehmen dann etwas von dem roten Phosphor hier, aber da muss man extrem vorsichtig sein, denn wenn er mit Wasser in Berührung kommt, dann denkt man, es passiert nichts Schlimmes, aber es entsteht eine krasse Flamme und es wird anfangen zu brennen. Das heißt, man kann den Wasser auch nicht löschen, das heißt, wenn hier mal ein Feuer ist, dann solltest du das auf jeden Fall nicht mit Wasser löschen. Mit was denn? Am besten mit, ja, mit CO2 oder es gibt so CO2-Löscher, damit kann man das ganz gut machen. Äh, dann, achso, wo waren wir, ja, den roten Phosphor, genau, ja, den gibst du dann in den Kolben rein, den wir gerade eben erhitzt haben, hier, den da, vor mir direkt hier, ja, machst den Deckel wieder drauf und erhitzt das Ganze wieder, dann holst du das Ganze wieder da raus. Ey, alles zerstört. Ja, toll, jetzt kann man nichts mehr machen. Ich tue mir leid, dir nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Keine Macht in Drogen, ich wollte es verhindern. Naja, egal, okay, dann müssen wir improvisieren, dann kommen wir hier rüber, kommen wir hier rüber, machen wir das hier, dann gehen wir hier, dann nehmen wir den großen Kolben, das ist auch gut, dann haben wir auch eine größere Menge direkt. Äh, hier also. Was ist denn hier rechts in dem Kasten drin? Äh, das geht dich den feuchten Scheiß an. Das war gut. Von der Weg klären, das geht dich den feuchten Scheiß an. So, auf jeden Fall, dann öffnen wir hier den Kanister und füllen noch ein bisschen hiervon, das ist die geheime Heisenberg-Sutat, damit es auch schön blau wird, dann geben wir das hier noch mit rein. Dann erhitzen wir das nochmal und danach füllen wir das hier in dieses Riesentablett, was jetzt leider irgendwo hier auf dem Boden rumliegt und lassen es auskristallisieren ein paar Tage und dann müssten wir eigentlich fertig sein. Und wie du siehst hier, wenn du den großen kaputt machst, es stehen auf jeden Fall noch genügend andere hier rum, ja, also, äh, von daher, wir können dich jetzt gleich hier einsperren und dann kannst du erst mal ein paar Monate hier in Ruhe arbeiten. Ups. Ey. Tommi, ich bin, äh, schockiert gerade, wirklich. Wieso? Lass mich. Also, dass der Tommi so gut Bescheid weiß, ne? Ja. Das ist also das neue Appartement vom Update. Jetzt wird Christelmeister gezockt. Du, bam. Christelmeister. Ey, nein, 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 ich bin echt tot. Du sollst kochen. Ja, ich koche, ich koche, ich koche. Okay, ich koche, ich koche. Ich komme dann so einmal die Woche. Mega kochen. Ein bisschen Brot und Wasser für dich. Bam. Kochen, kochen, kochen. Alter. Das ist so toll, oder? Wenn die Sache hier durch ist, dann verchecken wir das noch ordentlich auf der Straße. So, warte, ich mache jetzt, ich habe auch eine Geheimzutat, die ich da jetzt nochmal reinmache. Du bist so ekelhaft, dafür gibt's eine. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Nein, jetzt hör doch mal auf. Ja, dafür gibt's keine. Deswegen wurde meine Currywurst auch so oft verkauft. Das ist wertvolle Arbeitszeit. So, warte, äh, ich muss eben gucken, da, zack. Ah, ich sehe es schon. Ich muss mal eben gucken, ja, das passt. Ich weiß nicht, ob ich das so nicht einlassen kann. Oh Gott, das wird einfach immer dran können. Also, dann noch einmal, noch einmal, bitte. Zack. Zack, warte, gleich haben wir's, ein letztes Mal noch. Ah, ja, das war gute Qualität. So, und jetzt nochmal schauen, eben, wir brauchen halt, wir brauchen halt die gewisse, ähm, weiß ich nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Aber wir müssen ein bisschen schütteln. Schütteln! 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 Oh Gott, du hast echt voll eine andere Waffe. Tommi auch, übrigens. Boah, jetzt lassen wir das noch mal machen mit der Jess Hunt. Es geht durch den feuchten Trick rein. Jetzt sind wir nämlich, wir müssen mal, glaube ich, die Folge beenden ein bisschen. Ja, das geht schon wieder ein bisschen lange. Komm, wir müssen uns wieder verabschieden mit der Jess Hunt, komm, Jess Hunt. Ja, genau. Ah, ja, warte, ähm, 616? Weißt du, wie das geht? Weh mal eben, 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 Aktion aus Jess Hände. Das mit was, Michael? Oh nein, wir werden bis jetzt an. Nein, 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 jetzt hier, gehen wir in, äh, halt mal weggedrückt und dann, gehen wir auf Aktion, du weißt, du, die, die Grüße und sowas. Und dann weh mal Jess Hände aus. Ja, wir müssen uns eben aufstellen. Und jetzt muss das aber mit einem Doppelklick machen. Mach mal dreimal, äh, zweimal, äh, also zweimal L und R, den Stick. Zweimal hintereinander drücken. Zweimal hintereinander drücken. So, dass sie dann, geht nicht beim ersten Mal. So sieht das dann aus. Habe ich das gehört? Ähm. Zweimal hintereinander, also das, was du sonst immer drückst, einmal, das zweimal hintereinander drücken. Genau, genau, ja. Ja, warte, jetzt komm du auch mal in die Mitte, die Frauen gehen nach außen. Und ihr könnt ja ein Stückchen vor, dann können, äh, Rieschen und ich hinter euch, ja, das ist, dann sind wir alle auf dem Bild. Warte, ich mach mal wieder mein, mein, äh, mein Radar aus. Und, äh. Das ist echt schwer, ist sehr, äh, eng hier. So jetzt geht's. So, warte. Okay, Folgenende. Auf drei dann? Also sechs, 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 Doppelklick machen dann, ne? Ja. Okay, eins, zwei, drei. Uh, yeah. Uh, Mist, bei Rieschen hat's nicht geklappt. Komm, noch einmal, noch einmal. Komm, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal, direkt noch einmal. Ja, einer geht noch, komm. Eins, zwei, drei. Nichts. Okay, komm, wir erzählen das. Rieschen, ich hab beide Zeit. Okay. Dann, äh, will ich sagen, bis zur, bis zur nächsten Folge. Ja. Ja. Boah. Was? Was? Dann, so. Die Bilder, die sind... Boah, nee, ich hab keine Lust mehr. Diese, diese grausamen Bilder können wir nicht da, äh, nicht länger zeigen. Mann, Mann, Mann. Wir müssen leider hier unterbrechen. Wir wünschen euch lieb. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.